Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Mattenlo. Bis jetzt zurück bei Undertale Part 7. Und, uiuiui, gleich die Maus im Weg, heilige Scheiße. Und ja, nachdem wir das letzte Mal, uiuiui, zack, nachdem wir das letzte Mal erfolgreich die Brücke bauen konnten, ja, geht es nun jetzt weiter. Und, gucken mal, was uns heute in diesem Part erwartet. Äh, ja. Just a box? Ja, gerne. Achso, ist nichts drin, schade. Na dann. Uiuiui. Alter. Die Musik schon wieder. Und die Desktop-Audio ist wieder irgendwie, also irgendwie spackt die Musik. Hier. Beim, Dings. Na gut, da gehen wir dann lang. Wir gehen jetzt erst mal den normalen Weg. Komm, wir sprechen mal mit ihm hier. What's a star? Can you touch it? Can you eat it? Can you kill it? Okay, es wird zu strange. Are you a star? Äh. Ja, ich bin gelb wie ein Stern, ne? Hehehe. Ach. Ach, nee, Herrmann. Du hattest heute aber auch einen harten Tag, ne? Ei, 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 ei. Punchcards. Are you an ice cream? You can take a punchcard from the box. Okay. Ja, dann nehme ich halt. Super. Take a card? Ja, na klar. Punchcard. Geil. Dankeschön. Dann gehe ich mal wieder. Wait a minute. Ich muss doch unten lang. Ich muss doch unten lang. Sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Labyrinth? Ich orientiere mich jetzt einfach mal. Irgendwie. Wie auch immer ich mich orientieren will. Ja gut. Fighten wir erstmal. Nein, der hat so wenig Schaden. WTF. Na komm, dann. Zerschmettern wir dich noch schnell. Das glaub ich nicht. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Lol. Uh. Weg mit ihm. Gib ihm. Oh nein, Alter. Nope. 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 Warum verfolgt mich eine Spaghetti? Äh. Ich kann nicht mal weiter. Laufe. Lol. Was ist denn das, Alter? Lol. Alter. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Bitte. An alle die, die jetzt in meinem Discord-Server drin sind. Oder. An alle die, die das Video gucken. Und irgendeinen Discord-Server betreiben, wo ich drin bin. Macht bitte das als... Uiuiui. Macht das bitte als Sticker. Bitte. Macht das bitte. No joke. Bitte macht das. Alter, hau ab. Hau doch ab. Junge. I have to sit down all the time. But. Hey, hey. That's okay. It beats moving to the city. And living in the crowded aquarium. Aquarium. Ach, kein. Ich bin so scheiße in Aussprache. No joke. Like all my friends did. Soll ich dich jetzt ernsthaft zu dem Aquarium f- Kannst du jetzt mal aufhören zu labern, bitte? Ja? Junge, dieser Blick, Alter. Dieser Blick. No joke. Ey, ich raste hier gleich aus. Ich raste hier gleich aus. Danke, dass du dich verpisst, ey. Mein Gott. Ah, ein Wasserfall. Wer hätte es gedacht? Ist das ein komplettes, oder? Äh, äh. Nee, nee, nee. Hä? Okay, das war nur eins. Ich hab das ehrlich gesagt als Zweier erkannt. There's the piano here. Play it? Hä? Hä? Ich check gar nichts. Hä? Ah! Ah, ja. Okay. Jetzt check ich das auch. Okay, nice. Das ist ein geiles Feature. Warte mal, was steht denn an den Schildern? Okay. Ah, hier gibt's auch wieder keinen Sound. Geil! Undertale lässt grüßen. Hm. Nice. Was würdet ihr tun, wenn ihr so ein Ding seht? Was würdet ihr tun, wenn ihr sowas... Ach, das ist eine Statue, aber... No Jog, wenn ihr so eine Statue sehen würdet. Nachts. Was würdet ihr tun? Please take one. Oh, danke. Ja, nice. Gott, das sieht so beschränkt aus. Ah, ja. Na gut. Deswegen ist ein Regenschirm... Gut, ne? Gut. Alter. Achso. Äh, w-w-w-was? Hä? Äh, lass mich in Ruhe. Das ist mein Regenschirm. Mann, lass mich in Ruhe jetzt. Das ist mein Regenschirm. Alter, du gehst mir ganz schön auf den... Du gehst mir ganz schön auf den Sack, du kleines Ding, Alter. Du gehst mir echt auf den Piss. Hau ab. Hau doch ab, du Frecke. Loll, Junge. Was verfolgst du mich? So, one time... We had a school project. Where we had to take care of a flower. The king, we had to call him. Mr. Dreamer. Volunteer to donate his own flowers. Und das hat mich jetzt auch interessiert. Mh-hm. Ähm, maybe she will beat up the teachers. She's too cool to ever hurt an innocent person. Warum erzähl... Das ist ein nicer Hintergrund. Der Hintergrund ist verfickt nice. Das ist schon echt geil. Das ist echt geil. Das muss man wirklich sagen. Ah, ja. Hier kannst du dir auch ein... Hier, krall dir ein. Oh, Mann. Bist du dumm. Ah, Moment. Kann man irgendwie... Hier muss man ja irgendwie hochkommen, ne? Warte mal. Ich präsch den mal an. Yo, this ledge is... This ledge is way to steep. Yo, you wanna see on your right? Put up your umbrella and climb on my shoulders. Wird ich gerne? Ja. Hallo. Würde ich ja gerne. Aber es geht nicht. Hä? Ach so. Ich muss den Regenschirm weglegen. Wie kann ich den weglegen? Ja, moin. Ah, Moment. Das will ich auch nicht wissen. Ah, jetzt. Don't worry about me. I always find a way to get through. What a through. Ach, keine Ahnung. Ui, hier kann man's safen. Aber es ist noch zu früh, wa? Es sind bei zwölf Minuten. Aber wir speichern trotzdem mal. Nein, ich will nicht nochmal speichern. Nein, ich will nicht nochmal speichern. Jetzt geht's hier über so eine riesige Hängebrücke. Brücke. Und jetzt ist komplett stille. Tschüss. Illuminati. Nein, nein, der Huhnsohn. Nein, nein. Ui, nein, verpiss dich, du müsstest. Oh, nein, du Missgeburt. Hau ab, du Missgeburt. Boah. Das war knapp. Nein. Da war ich gefangen. Nein. Ui, 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 ui. Nein. Nein. Aber ich festing. Wie so eine kleine Nutte. Na. Bloß nicht. Nein. Nein. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Ruhe in Frieden. Oh. ich habe fast keine energie mehr also fast keine hp wie soll ich das machen lasst mich doch lasst mich in mann lass mich in ruhe du fotzen sohn mann lasst mich lasst doch lasst mich doch in ruhe das ist doch fucking noch mal in ruhe einfach einfach nur in ruhe lassen oh junge oh junge nein es geht noch weiter nein bitte nicht warum geht der dreck noch weit nein nein was ist jetzt nein ich muss jetzt gegen den kämpfen nein bitte nicht oh oh from over here oh you've fallen down haven't you are you okay here get up max huh 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 that's a nice name my name is what fuck ist das bitte na gut ich würde sagen an der stelle speichern wir und da machen wir beim nächsten mal weiter ich würde sagen lasst einen daumen nach oben da wenn euch der part gefallen hat gibt ein abo um nichts mehr zu verpassen aktiviert auch die glocke damit ihr das video mit als erstes seht ich bin scheiße müde ich gehe auch gleich pennen denke ich so ich muss ja noch das video die videos schnibbeln na gut wenn es euch gefallen hat wie gesagt daumen hoch da lassen abonnieren wäre nice und schreibt in die kommentare wie diesen part fandet jetzt bin ich raus wir sehen uns am donnerstag wieder bei undertale oder paper mario ja in der endcard findet ihr noch das letzte video und zwar paper mario part 2 und auf der rechten seite der endcard den letzten part des let's plays undertale gut haut rein wir sehen uns und ciao ciao